Halli Hallo Hallöchen wir spielen wieder eine Runde das feine Zulu man schauen wie es diesmal läuft wir spielen wieder auf den Skyway Stadium am Abend um 18 Uhr das muss man überraschen auf auf in den Kampf so sind wir jetzt hier gelandet auf der Baustelle schade ich dachte ich kann das da vorne angrengen ich glaube ich war einer der Fürst Kills die Stärkung ist so wo sind wir jetzt hier und hier und so okay also erstmal auf die Dächer ich komme ja mal wieder hier auf den Dächern was reißen der war oft kann man nicht mehr in mein Schussfeld da war einer da war einer aber der andere das war ein schöner Hit also das Loch im Dach das war ich aber wir sind nochmal hier heißt dann müssen wir mal hier rüber gucken da waren ja gerade noch die Gegner so hier uns Geld wegbringen Automat wir hängen so jetzt haben wir das gleich ein mit 17 Nebenrest kommt man das auch noch mitnehmen wenn man sie kriegen das immer ganz kurzer Mal führen noch ha das ist ein Führer ähm so da muss ich so rüber springen weil sonst wär's doof für mich geworden falls der da herkommt machen wir so ich glaube der kam mir daher oder da ich setze mal erstmal da ein Feuerchen drauf da da ich setze mal erstmal da ein Feuerchen drauf so das war auch ein lustiger Kampf okay in die Richtung das Ding ist ja jetzt leer warte mal wir sind hier gespawnt hoch okay hier sind wir gespawnt aber irgendwie war ja grad noch einer noch leer Prozent 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 um Prozent wir sind ein wo ist denn wir sind immer dass eine Zeit wenn ein Gott schade 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 das war ein engeres Ding ein die gibt es gleich das nächste Geld okay dahinten wäre dann mit der Anwendung ich sollte man das jetzt bekommen aus irgendeinem Grund und das klappt die Lärmung ich glaube sogar werfe ich kürze ein solches nachsichtigen einigen doch ich glaube es kann ich noch der märz so über die Hälfte sommer das ist immer gut und über die Hälfte sind das meistens mit einzahlen Hey, hier ist gleich noch eins. Wahnsinn. Aber auch viele Gegner. Oh, wir führen. Wir führen. Wahnsinn. So. Da hinten hat sich doch die Vault geöffnet. Und hier ist das heißt, wir gehen erst mal hier hoch, wir kommen nämlich von oben, hier das Ganze bis zum Glück behalten. Da kommt der nämlich von einer. Da geht es ja lang. Da geht es ja lang. Eigentlich will ich nicht weg. Wobei, wenn jetzt gar keiner kommt, krieg mal den. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber... Ähm... Kriegen wir das hin? Vielleicht, vielleicht klappt es ja. Also zeitlich passt es auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Das könnte wieder klappen. Jawohl. Gut, hier fallen wir nur runter. Hey, 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 hey. Schön aufpassen. Aber jetzt müssen wir auch schnellstens wieder rüber, wo es Geld gibt. Warum? War er nicht gerade irgendwo hier? Hm. Irgendwo hier war doch gerade einer. Wahrscheinlich da oben, oder? Ui. Ui, 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 ui. Nein! Ach, den da unten jetzt gerne noch bekommen. Jetzt hat der natürlich enge Zeit. Guck mal, da geht's. Wo ist er? Hey, ist er auf einmal oben? Ach, der ist hier irgendwo, ja. Über uns. Unter uns. Ach, schade. Ich dachte, das klappt. Gibt's ja noch irgendwas Spannendes, ne? Dann auf zum nächsten Geld. Ich glaube, die Runde ist einfach nur ziemlich schlecht. Insgesamt. Weil ich führe halt immer noch. So, da drüben geht es erstmal ins Getümmel. Von wo auch immer. Da hat er mich. Ah, da oben kommt noch einer rein. Da kloppen sie sich gleich drin. Da kloppen sie sich gleich ziemlich drin. Oh, da oben lag ja viel Geld. Hab ich jetzt erst gesehen. Ah, wir sind wieder hier. Ich meine, da gibt's jetzt gleich nochmal Geld. Das lässt mir da gar nichts. Guck, guck. Ich glaube, der ist schon weg. Oh. Wartet jetzt hier schon einer? Da wartet noch keiner. Ganz leise in der Ecke stehen mit Raketenwerfer. Hehe. Vielleicht kommt ja einer vorbei. So. Das ist jetzt die Frage, wo wir hin können. Da kommen wir hin. So. Wir gehen jetzt hier hin. So. Das muss man erstmal johu. Komm, 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 komm so ein Leben auch nicht komm 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 erster Sieg war krass die Ruhe aber auch ein bisschen Glück dabei ist es wie die Konzerbeierde sehr g der erste sieg richtig cool richtig cool 40.500 es gibt doch jetzt sicher noch extra punkte das erste solo match nach zehn partien nicht ganz ich glaube neun partien war aber auch wieder ein bisschen glück dabei aber cool gab gleich noch ein paar mehr pünktchen und heidi whisker gab das viel xp krass battle passen wir auch gut vorangekommen es war eine heftige und er gut wir haben jetzt hier einiges abgeschlossen deswegen was eine geile runde ja hier wart gerade beim ersten final solo sieg dabei ich hoffe ihr seid bei der nächsten auch runde auch wieder dabei bis zum nächsten mal